und herzlich willkommen ja heute ist heute ist die neue welle die welle 5 und aber auch wird zurückgestuft ja auf normal das kann sein dass wir das dann halt auch merken in dem ja in der horde in der welle die ersten teile sind elektrisch aufgeladen zumindest auf einfach das jetzt auch ein bisschen durch die welle ein bisschen plastik bekommen grundstoff ansonsten werden wir halt ja auch ziehen dann machen den pusher haben wir ja gestern auch aufgestellt noch ob der auch ein bisschen was macht das wir sehen jetzt mal schnell schauen wird das ob wir hier noch irgendwas was noch abkriegen ob das dreht sich jetzt auch schneller das braucht nur für stahlstangen und seien drei stahlstangen und seien stahlstangen weiß ich gar nicht aber die noch haben eisenerz müssten noch abkriegen und haben wir gerade nicht ein klein steigt hier und 1 was brauchen wir dafür da auch dass das stören und und ja ich bin mal echt gespannt ob es wir haben ja noch von den stangen so bin echt gespannt wir ziehen das jetzt auch durch sechs minuten ja jetzt keine folge beenden die beiden noch haben dann könnten wir zumindest die seitlich wegnehmen und uns dann hier oben vielleicht haben wir nicht arbeitet schön durch das windrad auch schon sonst stirbt und ob akku ausreicht das sind ob die dafür auch geeignet sind oder nicht und zwar und funktioniert soweit ich hoffe er hat gespeichert sonst machen wir es nochmal hier von hinten jetzt kommt er von da okay okay so 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 die teilen sich schön auch das ist schon mal gut ne so 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 können alles weg wenn man wirklich hier automatisch sind natürlich auch noch zwei batterien ein windrad das gute ist es steht jetzt ja die batterie sollte gerade so reichen das ist gut Okay. Jo, das war's glaub ich. Können wir da unten aufräumen. Gibt er hier noch? Schon allein dafür lohnt sich das auszusetzen hier. Ich hoffe, dass wir ein bisschen Kunststoff kriegen. Ich macho mir. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay Ja, wir gehen mal los, würde ich sagen Wir gehen mal los, wir gehen mal hier rein So, dann gehen wir mal in die Stadt, so ein bisschen Kunststoff holen und so, ne? Okay wir haben sieben 25 minuten aber endlich mal die folge für heute und wir sehen uns wieder bis dahin